Und herzlich willkommen zu Mordor Schatten, Part Nummer 3. Geht doch eigentlich kaputt! Was steht denn da? Was soll ich denn machen? Radbart der Fightling. Ich will aber das hier erstmal machen. Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und find heraus was ich über sie weiß. Was glaubst du wer sich dort in den Schatten zerbricht? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Okay. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. So ein Hobbit. So ein Hobbit. So ein Hobbit. So ein Hobbit. Stirb warm! Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Der Stipp. Sieh dich zu schveyden. Jetzt gehst du an. Ich sehe dich! Die Vorsprung gehen? Ah, gehen weiter, okay. Was ist das denn hier? Was ist das für ein Symbol? Haben wir noch eine zusätzliche Legende? Das ist ja schon symbolisch. Ist das ein Machtkampf? Die wollten mich essen! Jetzt leidest du! Ah, ich habe einen runtergehauen. Warum soll ich denn nicht Orkse töten? Nein! Nehmt ihn sein Schwer! Nein! 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 Ja! Nein! Nein! So, mach es blatt, mach es blatt. Hoho, das war ein Finisher. Da sind wir ja auch das Kämpfen richtig drauf, das klappt schon. So, wir müssen noch die Wache erledigen. Äh, die? Wo ist die denn? Ich habe da drüben etwas gesehen. Hi. Zögere nicht, renn um dein Leben. Vielen Dank, Gründer. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. So, kein Ding. Ah, hier ist ein Turm. Warte, nimm. Müssen wir den einnehmen? Jo. Wegen Schnellreise. Wegen Schnellreise. Und der Fähigkeitspunkt müssen wir auch noch einlösen. Können wir endlich mal hier? Ach, Attribute können wir auch noch machen. Ach du Scheiß. Ach, hier ist noch ein Frosche. Ach du Scheiße. Das kriegen wir hin. 100 Prozent. Läuft. Das kriegen wir hin. 100 Prozent. Läuft. Hochziehen. Und dann. Schwing dein Humber, Baby. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Das ist cool gemacht. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden. Sieht aus wie ein ausgehungerter Frosch. Wederliches Biest. Wahrscheinlich ungenießbar. Schnappt es und f... Hey, wen die das nicht merken, ne? Die merken das nicht. Oh, jetzt. Der dreht sich um. Hä, Leute? Muss ich dir mal vorstellen, ey. So, hier geht's weiter. Manu, wo bist du denn hingegangen, Gorlum? Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort! Er schlägt davon! Callum, warte! Warte doch, Callum! Was der... Callum! Bleib stehen! Oh, hier ist Kraut. Callum? Callum? Was für ein Erzauber ist das? Ein Florensabschlück, Talion. Du erinnerst dich an einige Feindstebilden? Ja. Nun wünschte ich sie vergessen. Deine Familie war es in dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Schnell, es läuft davon! Ja, ich auch. Scheiß Vieh. Ach du Scheiße. Ja, er sollte schnell bewegen. Ja, ich habe einen Schmerz. Ich habe einen Schmerz. Ich komme ja nicht weg. Ah, es hat nichts zerfleischt. Wiederholen, wiederholen. Bitte nicht von ganz von Anfang an. Schnell, es läuft davon! Oh, okay. Sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Ja, er schießt seinen eigenen Mann. Zwei Schüsse im Kopf erledigen und Karagor. Finde die Karagor. Die kleine kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Das ist mir egal. Er wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Du hast es mir so leicht, sich an mich heranzuschleichen. Nein, nein, tut uns nichts. Was macht ihr davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. in unseren Träumen. Du, der Schatz. Hör. 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 Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Letze. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu dem. Wir zeigen ihm. Sei die Schätze. Halle. Halle. Ach. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Abgeschlossen. Fähigkeitspunkt wieder erhalten. Das geht ja. Oh, Gollum. Hallo, Gollum. Wollen wir jetzt Fähigkeitspunkte machen? Ähm. Ähm. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer 3 vom Mittelalter der Morderstadt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.